Hey, der ist doch jetzt hier auch als Panzer, also als Panzer Basic, also man macht ja mit der Taste von hinten und so. Abgewagter Panzer. Achso, warte mal, wir nennen ihn einfach Leopard 2. So, eindeutig. Wow, was ist daran zu schwer? Achso, okay, okay, okay. Life. Ach, da sind Bugenschützen. Ich glaube, es wird Zeit für Flugdings. Alter, es ist echt so perfekt geworden. Ohne Scheiß, Alter, guck's dir einfach an. Wie locker das jetzt war? Was hast du jetzt gemacht? Wir mussten einfach nur eine Rampe da hoch und dann hier diese drei Sachen... Äh, ja, 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 ich bin mal. 60% of everything. Okay, das ist jetzt einfach. Das ist das Biest. Da einfach das Biest laden. Nicht speichern. Nicht speichern, nicht speichern. Escape. Und dann da laden und dann einfach auf den Leopard, das Biest ja, genau. Ein Fall für das Biest. Und das kann ich damit nicht zerstören, ne? Da freue ich einfach wieder Shit da oben drauf. Doch, du kannst da einfach gegen fahren. Da vorne gegen die Häuser und so. Achso. Achso, du hast keine Lenkachse jetzt gerade. Ja, warte. Mach da das gleiche System rein wie gerade eben. Mein Panzer? Ja. Soll ich jetzt noch einen riesen Panzer draus machen? Ja, aber warte mal. Äh, mach mal, also, ja genau, mach mal da oben die... Ja, ich weiß schon. Aber mach da mal... Also, warte, warte, warte. Ähm... Ne, lass mich mal eben machen. Ähm... Ja, genau. Aber mach das auf der anderen Seite genau umgekehrt, weißt du? Ne, das ist jetzt falsch rum. Doch, mach das mal bitte so. Dann ist das voll der geile Panzer. Du hast es jetzt gerade falsch rum, oder? Ne, ey, nein, das funktioniert dann nicht. Doch. Achso. Ach, ja, stimmt. Right, left, wenn du dann right drückst, dann dreht der sich instant. Aber dann kann ich nicht mit allen vorwärts fahren. Doch, klar. Du drückst halt einfach beides gleichzeitig. Also, hier muss ich machen... Left, right. Ach, ne, left, right. Ja, du kannst ja ausprobieren, was soll groß passieren. Left, right. Ja, genau. Left, right. Left, right. Left, right. So, und wenn wir jetzt playen... Achso, ich kann nicht vorwärts fahren. Doch, klar, du kannst doch beide gleichzeitig drücken. Das ist doch wohl die beste Lenkung aller Zeiten. So, und damit meinst du einfach alles nieder. Voll locker. Wie verdingen's die, die die... Halbblutet, ja. Wenn du, wenn du gegen das Tor fährst, passiert dann irgendwas? Oder... Geht das nicht kaputt? Ne, okay. Dann musst du nur ein Ding ins Rhein. Und dann komme ich nicht hoch. Naja, dann muss ich wohl doch ein Katapult draufpacken. Ne, mach doch nur eine mobilere Version von dem Biest, dass du vorne halt Räder noch dran machst, beziehungsweise die Schützen vom Rad selber weg machst, weißt du, dass du auch die Berge hochkommst und so. Ja, aber die waren ja gerade eben schon weg auf der einen Seite und ich bin trotzdem nicht hochgekommen, weil die das ganze Rad wegmachen. Ja, kannst du machen, klar. Mach doch einfach oder machst du einfach, ja, Katapult musst du machen, ne? Oder warte, ich habe eine neue Idee, wie ich die Mühle zumindest abfackeln kann, ohne sie überfahren zu müssen. Ja, stimmt. Ja, genau, pack da einfach nochmal, ja, sehr schön, sehr schön, aber das Wheel, ja doch, das geht ja sogar so, weil du hast ja auch vorwärts und rückwärts hast du ja nichts mehr. Abfackeln. Ach. Ja, was machst du jetzt? So einfach. Achso, machst du mal einen Abstandsfalter dazwischen. Danke. Ja, unser Rad dran kann ich ihn nicht ranpacken. Ja, genau, stimmt, stimmt. So, ähm, wie lass ich das Ding jetzt spinnen, weil ich fahr ja... Oben und unten kann ich... Ja, oben und unten, klar. Ja, ab und da reicht ja. Ich würde das vielleicht sogar noch langsamer drehen lassen. Aber ich würde das jetzt nicht anmachen, weil sonst zündest du dich vielleicht wirklich noch selber an ausgesehen. Das wäre auch doof. Ja, zerstör da erstmal so weit alles wie du kannst und dann gleich, wenn du neben der Mühle bist. Da, da, das kriegst du nicht kaputt. Ich will umdrehen. Fahr doch einfach rückwärts raus. Geht nicht. Ich kann nicht mit beiden rückwärts fahren. Ich kann auch rückwärts fahren. Du kannst doch wohl auch rückwärts fahren. Doch muss ja. Geht nicht. Wie? Und wenn du, wenn du beide andersrum drehst? Hä? Wie fährst du denn vorwärts? So fährst du vorwärts? Ach so, ja, okay. Stimmt, ja, ja. Das ist das Problem an dem Ding. Das meinte ich. Deswegen müsste es die anderen denken, weil sie eigentlich besser. Ja, aber nicht so, nicht so präzise. Hä? Oh, Junge. Was wäre das passiert? Ja. Oh. Kurzschluss herrückwärts. Ja, okay. Ja. Scheiße. Ne, das würde ich zum Schluss machen, wirklich. Erst die ganzen Häuser, auch das da hinten. Da im Bildschirm, im äußeren Bildschirm, ja, absolut korrekt. Ja, warum ist das jetzt kaputt gegangen? Weil da vorne eine riesige Felskante ist. Ha, 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 ha. Ein bisschen die Konstruktion hier verstärkt. Ja, warum setzt du ja immer den Hohn da hin? Ja, weil du das ja wohl dann nicht drauf abgeachtet hast. Hä? Warum setzt du denn da den Hohn hin? Mache ich, will ich doch gar nicht. Das ist ja eben das Ding. Ja, stimmt. Das Spiel ist nämlich schuld. Das ist es. Ja? Ja. Ja. Kann ich nicht packen, ey. Ja, ist ja auch gut jetzt. Verhütung ist ja okay, aber, ne, muss man ja auch nicht direkt einen Lederschuh überziehen, quasi. Die Mühle zuletzt. Fahr erst in die andere Richtung noch. Dann kannst du das gleich immer noch machen. Die Typen kannst du auch gleich immer noch machen. Erstmal die drei Häuser, die da noch stehen. Voll geil, ey. Voll der geile Rambob. Ohne Scheiß. Einfach ein Zehnrad. Mega Geschoss, Alter. Ja. Dass das so gut funktioniert. Aber die Lenkung ist trotzdem voll gut. Also echt direkt ansprechend, oder? Oh, Junge. Oh, Junge. Du hast leert. Hast du gehört? Oh, das ist so. Das ist so. Ich dachte, das kommt das Drehen. Das ist so dumm. Ich weiß auch nicht. Warum hab ich das gemacht? Oh, Junge. Das reg mich jetzt auf. Das ist so Gewohnheit bei Leertaste, weil im meisten Spiel passiert dann irgendwas. Ja, ist ja auch was passiert. Aber nichts Gutes. Oh, stirb doch einfach mal. Junge. Den Daumen von der Leertaste. Da kamen die alle so. Alter, ey. Ohne Scheiß. Die eine Seite der Räder ist immer voll in Mitleidenschaft gezogen und die andere schillt sich einfach voll ihr Leben ab. So. Die Leichen versperren einfach so den Weg. Jetzt hab ich das Haus nicht getroffen. Nicht jetzt. Ja, 1a. Da ist noch ein Stein im Weg. Ja, ich versuche mich grad zu umfahren. Aber das Lenksystem, das sieht sehr viel direkter aus, als das du gerade eben hattest. So, und jetzt nicht Leertaste. Finger weg von der Leertaste. Pfeil nach oben. Ja. War recht noch nicht. Ypsilon. Ja, ich kann nicht rückwärts wegfahren. Das ist eben das Problem, was ich gerade schon angemängelt habe an dem Teil. Ich kann nicht wegfahren, wenn es brennt. Wenn es brennt. Wenn es brennt, wenn es brennt, wenn es brennt. Ja, aber du musst, du musst auch noch den, du musst irgendwie den Druck noch kaputt machen. Ganz ehrlich, ich mach dir jetzt einen Katapult drauf. Ja. Dann ist der Druck kaputt. Du hast da gerade ne... Geh doch einfach zurück. Mach doch einfach das blaue. Den blauen Pfeil da oben. Latt doch The Beast neu sonst. Wieso? Da ist ja kein Katapult drauf auf The Beast. Ja, aber dann hast du sie wieder auf Standard zurückgesetzt. Nee, ist doch gut. So, alles wunderbar. Ja, ist doch nie cool. Du musst nur noch einen weg machen von den unteren. Ne, Lenker. Aber du kannst sie zumindest optimal ausrichten. So ein Speicher das eben als das Beast Mobil oder so. Na, warte. Ist der nicht zu kurz der Arm? Nee, ich feier nicht auf weise Distanz. Hier, wenn ich jetzt... Ich probier mal eben... Ja, aber wenn ich ranfahre, wie gesagt, ne. So, ich komm mal eben, wenn ich jetzt ranfahre... Ach, wäre ja schlimm. Oh, scheiße. Ja, das ist ja noch... Sollte man wie leicht umstellen. Auf keine Ahnung. Ja, wow. Ab. Und der doch kann's machen. Ja, stimmt. Weil damit machst du ja gar nicht mehr die... Klatscht der voll auf, ey. Wie geht das jetzt? Ja, aber das war ja noch nicht das, was du folgst. Ja. Erst den Katapult-Fahr geht's ranz ran. Ja, also fahr mal hin. Und schmeißt den mal voll auf die Burg. So. Nochmal. Hab nicht so ganz geklappt. Ja genau. Und jetzt kannst du ja wieder zurück. Wieder zurück. Ich kann nicht rückwärts fahren. Verstehst du das nicht? Ja, aber du kannst dich ja wohl wegdrehen. Und nicht anfangen zu brennen. Guck mal, den ersten hast du schon als nebenbei weggemacht... Boom! Zack! Und du mein Freund. Die Mühle füllt uns hier. Nee, wir können jetzt locker. Das schaffen die Häuser ja locker. So viel, ne? Oder so weniger. Nee, ich glaub nicht. Aber du kannst jetzt... Ach so, nee. Ja, das ist echt doof, dass man nicht... Äh... Hä, wieso? Ja. Falscht. Ja, okay. Oh, das war gut. Ja, das hat gereicht. Ich denke ich mal. Hauptsache du drückst jetzt nicht wieder Leertaste. Fahr doch mal den anderen rum. Also andersrum, dass du da lang fährst. Ja, nee. Ja, nee. Dann kannst du auch wieder da lang. Sehr egal. Ja, er versucht es da immer noch. Oha. Er zersimmelt den einfach noch als Nebeneffekt. Krass. Boah, den Baum auch noch kaputt gemacht, du Rabauke. Ja. Erstmal in den Turm rein. Oh. Verliert immer Stücken von seinem... ...zuschützenden Panzer. Oh Junge ist nicht euer Ernst, oder? aber es ist alles kaputt muss die burg noch mehr kaputt man muss den turm treffen also erst lenken ich die weg davor steht es wäre gar nicht so schön du musst jetzt lenken lenken jetzt schon und jetzt dagegen hauen und jetzt wieder zurück also irgendwie versuchen umzudrehen ach keine ahnung es fängt sofort um zu brennen ja wie wärst du einen langeren arm machst dass du da weiter werfen kannst mach doch einen längeren arm wow ja wahnsinn hat der da so einen mini pümmel ey das reicht noch nicht doch noch einen ran hätten das reicht oder nur knapp also die mucke direkt richtig auf ist was machst du denn immer steine da rein dessen stein jetzt drin oh x ja das wird bestimmt jetzt nicht noch mal passieren war wenn du jetzt noch mal das reicht ja krasser typ so jetzt ja sicher aber das war gerade eben noch viel besser wenn du den turm trifft dann machst du so viel schaden darf ich mal oder wenn die wichser hier haben servieren sollen ja alle umgemäht so rasenmäher was zum teufel so jetzt richte ich mich nochmal aus los ich bitte einmal noch ein bisschen hier donuts drehen und so zack 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 bam 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 bis der nächste zack so und jetzt versuch dich mal so auszurichten dass du gerade zu der burg stehst ja so ein bisschen auch die ja jetzt ja oh mein gott fahrzeug fahrzeug also wurde das versuch einfach irgendwie es können nicht es reicht auf jeden fall das jetzt nicht rechnen das raste ich aus und damit nicht so müssen wir uns also wir sollten uns auf jeden fall noch mal zur aufnahme treffen Finde ich, dass wir das im Multiplayer belassen, also beim abwechselnden Level lösen, weil das halt auch immer ganz gut ist, wenn man noch ein bisschen frischen Wind mit reinbringt. Ja, was machst du jetzt? Ja, Alter, das war das letzte Level für dieses Session. Ja, genau. Du hast nur eine Stunde und drei gebraucht. Was? Laut Dingens. Für das Level auch keins. Nee, das kann auch wirklich nicht. Nee, seit wir wieder angemacht haben für die Insel. Ja gut, dann habt ihr jetzt das erste oder das erste in die Insel. So, das war das erste, die erste Insel, die wird uns auch hier ein bisschen veranschaulicht. Und die nächste ist dann, what? Sandbox? Oh, okay. Tollibrind. Hier machen wir dann nächstes Mal weiter. Das sieht schon sehr nach Fliegen aus, aber wir haben ja ein 1a Flugdingens. Work in progress. Das heißt, die hier ist noch gar nicht richtig fertig. So, da sind wir jetzt wieder... Ähm... Äh... Moon and a construction. Coming in a future update. Coming in a future update. Coming in a future update. Ich glaube, die kommen alle noch... In nem... Ah, den können wir auch machen, ne? Ja, den können wir machen. Die anderen sind noch nicht fertig. Ich glaube, der hier. Spielen das mal so weit, wie es geht und dann... Ja, genau. Aber wollen wir heute aufhören oder wollen wir weiter spielen? Erst mal aufhören für heute. Ja, genau. Dann würde ich sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, denn es ist ein echt cooles Spiel. Und, äh... Ja, tschau. Das lassen wir jetzt einfach mal so drin.